grüß euch ich bin die martina und habe ein neues video für euch es ist wieder so weit egal wohin ich draußen meine füße auch setze unweigerlich stehe ich im bärlauch dass ich nicht nur ströme sondern auch pflanzen liebe habe ich schon erwähnt oder auch dass ich sie gerne in bezug zueinander setze alles ist mit allem verbunden und so haben die schlösser und ströme aus dem jenchen jutsu natürlich auch gemeinsamkeiten mit unseren guten alten heilkräutern so dass man seine projekte strömen und dies noch mit einem heilkraut unterstützen kann ich finde das total genial geplant habe ich videos wie dieses hier in zukunft öfter zu machen weil mir das total viel spaß macht schauen wir mal wie das mit der umsetzung klappt meine pflanzen liebe wurde mir nicht in die wiege gelegt alles begann damit dass ich vor vielen vielen jahren während meiner ausbildungszeit zur pharmazeutisch technischen assistentin ein herbarium mit 100 pflanzen anlegen musste ich lebte damals mitten im ruhrgebiet das für seine artenvielfalt nicht gerade bekannt war einen garten hatten wir auch nicht und in den von meiner freundin durfte ich nur wenn wir uns nicht gerade mal wieder gestritten hatten die gängigen blumen wie löwenzahn gänseblümchen butterblumen die kannte ich natürlich die gab es in jedem park und als kinder machten wir uns manchmal kränze fürs haar daraus und bekamen dann hinterher schrecklichen ärger weil der löwenzahn saft flecken in unsere kleider gemacht hatte viel weiter aber reichten meine pflanzenkenntnisse nicht aus fürs herbarium waren nicht irgendwelche x beliebigen blumen zusammen die anleitung war schon ziemlich konkret sammle und trockne 100 heilpflanzen bestimme sie mit art und gattungsnamen und gibt die wichtigsten hauptwirkstoffe und ihre anwendung an aus der aufmerksamkeit mit der ich fortan jedes blümlein betrachtete entwickelte sich nach und nach eine ausgesprochene begeisterung und die hat sich nie wieder gelegt was für ein geschenk dass ich heute in den kiemgauer alpen leben darf wo es an heilkräuter nur so wimmelt primeln hoflattig lungenkraut alles wächst jetzt im frühling gleichzeitig nicht zu vergessen der bärlauch er gehört zu den lauchgewächsen und liebt besonders feuchte waldränder das intensive knoblaucharoma das er verbreitet kann man schon von weitem riechen allen pflanzen die bären namen tragen sprach man früher bärenkräfte zu und der bärlauch zählst du den kräftigsten bärenpflanzen überhaupt und das unter anderem wegen seiner stark blutreinigenden wirkung wie du vielleicht weißt ist im jenschen jutsu die farbe grün dem frühling zugeordnet und damit den organen leber und gallenblasen und dem mittelfinger ganz einfach könnte man sagen dass sämtliches frisches grün was wir jetzt draußen finden also der bärlauch natürlich aber auch löwenzahnblätter und auch die spitzen von den brennnesseln dass das alles gut ist für leber und gallenblasen dort wo der bärlauch wächst ist alles grün grün ist einfach die farbe des frühlings aber darüber hinaus hat der bärlauch auch noch den drang alles zu überwuchern im frühling kann man regelrecht zusehen wie durch die sonnenwärme alles zu neuem leben erweckt wird das gilt auch für uns menschen darum ist jetzt die zeit der blutreinigung schlechthin um den körper nach dem langen winter von dem zu befreien was er nicht mehr braucht einer der letzten großen kräuterheilkundigen der pfarrer künzle sagte vom bärlauch wohl kein kraut der erde ist so wirksam zur reinigung von magen gedärmen und blut wie der bärlauch ewig kränkelnde leute mit flechten und hautausschlägen versehen die abwehrschwachen und die blutarmen sollten den bärlauch verehren wie gold die jungen leute würden aufblühen wie ein rosenspalier dieses uralte wissen wurde nun endlich auch bei uns wissenschaftlich belegt der bärlauch enthält nämlich inhaltsstoffe die in der lage sind das blut zu reinigen und er entfaltet dadurch eine allgemein stärkende wirkung hier bei uns in deutschland wächst er besonders im süden also solltet ihr keinen bärlauch finden oder ihn gegen den knoblauch geschmack nicht mögen angst vor einer verwechslung mit dem giftigen maiglöckchen haben da bitte ich euch wirklich bevor ihr sammelt schaut noch einmal nach da gibt es ganz viel im internet eben was die verwechslungsgefahr angeht also beim bärlauch ist es wirklich so dass jedes blatt einen eigenen stengel hat und beim maiglöckchen kommen immer mehrere blätter aus einem stengel da schaut bitte noch mal so jetzt fange ich den satz noch mal von vorne an weil ich mich da selbst unterbrochen habe also wenn ihr keinen bärlauch finden solltet wenn ihr ihn nicht mögt oder auch eben wenn ihr angst vor verwechslungen habt oder auch wenn ihr euch ganz einfach gerne strömt dann gebe ich euch jetzt den kurzgriff des sogenannten 23 25 stroms an die hand der nämlich ganz wunderbar zum bärlauch passt weil auch er stark blutreinigend wirkt und außerdem das ist natürlich jetzt gerade ganz aktuell hilft sowohl der bärlauch durch seine blutreinigende wirkung als eben auch der besagte kurzgriff der jetzt gleich kommt bei den post covid symptomen also bei den lang anhaltenden wirkung lang anhaltenden symptomen die nach einer covid erkrankung auftreten können so für diesen kurzgriff da legt ihr die rechte hand unter den wangenknochen an das rechte ses 21 und die linke hand hinten an den unteren rippenbogen quasi direkt auf die nähe ran für die andere seite wird das ganz einfach umgekehrt gemacht und was habe ich noch aufgeschrieben das war schon so nun wünsche ich euch frohes bärlauch essen bzw. frohes strömen und wir sehen uns beim nächsten mal servus